Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute haben wir uns einen Roman von Michel Houellebecq vorgenommen, Plattform, ein französischer Roman, im Jahr 2001 erschienen. Und Ole, erzähl du uns doch erst einmal ein bisschen was zu diesem Autor, der sehr bekannt ist, der vor allem für seine Provokationen ja auch bekannt ist. Ja, ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen genervt, wenn neuer Houellebecq-Roman rauskommt, weil es immer genau das ist, was du eben gesagt hast, was man dann hört. Dann heißt es immer, der Provokateur ist zurück und das Enfant Terrible. Wir sind da ja anderer Meinung. Wir finden eigentlich, dass es sehr vernünftige und gute Romane sind. Das haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal verlauten lassen, dass wir beide sehr große Fans tatsächlich sind von Michel Houellebecq und uns über jeden neuen Roman auch freuen. Also warum ist er so umstritten? Das muss man vielleicht kurz erklären. Houellebecq schreibt Romane, deren Protagonisten eigentlich immer der gleiche Menschenschlag sind. Das sind immer so Männer mittleren Alters, die in Bullshit-Jobs häufig arbeiten, also irgendwelche Ministerialbeamten oder sowas in der Art. Also ich glaube, einmal gab es einen Künstler in Karte und Gebiet, aber ansonsten sind das eigentlich immer Menschen in so eher mittelmäßigen Stellungen, die sich wenig Sorgen machen müssen finanziell, die jetzt aber auch nicht irre hoch hinausgekommen sind. Und das sind Männer, die häufig frauenfeindlich sind, rassistisch sind und die mit dieser modernen Welt eigentlich nicht klarkommen. Also die nicht damit klarkommen, dass die Frau sich emanzipiert hat und die eigentlich, ja, komplett hinter dem Zeitgeist hinterherhinken, könnte man sagen. Und weil das solche Männer sind von so einem Schlag, heißt es dann immer gerne, ja, wenn die Protagonisten von Houellebecq solche frauenfeindlichen Idioten sind, da muss er ja auch einer sein. Das ist natürlich Quatsch. Da würden wir natürlich sagen, nein, im Gegenteil, man muss das Werk vom Autor trennen. Und insbesondere, wenn man sich dann anschaut, wie sind die Frauen dargestellt im Vergleich zu den Männern, und da sind die Frauen eigentlich immer klüger, immer fähiger und die schaffen auch viel mehr. Also wir würden sagen, das ist Unfug. Jedenfalls dieser Fortschritt in seiner Ambivalenz, sage ich mal, der wird immer von Houellebecq schön gezeichnet. Und ich würde mir da gleich mal erlauben, aus dem Roman, den wir heute lesen, ein bisschen zu zitieren, weil ich glaube, dass er es selbst eigentlich so mit am besten auf den Punkt bringt. Er schreibt nämlich, So schreibt er das. Also es ist der totale Selbst, dass eigentlich der da zum Ausdruck kommt. Und später sagt er dann auch, ich kann die Entwicklung der Welt nur feststellen. Ich gehe empirisch und gutwillig vor und stelle sie fest, mir bleibt nichts anderes übrig. Und das ist eigentlich das, was wir hier sehen. Hier wird ein Fortschritt gezeigt, hinter dem die Männer immer hinterher hinken. Es sind immer mittelmäßige Idioten. Und ja, das wird da sehr ironisch, finde ich, dargestellt. Und überhaupt gar nicht frauenfeindlich, sondern wenn ich mir das mal erlauben darf. Ich finde, das sind fast schon eher Romane, die fast schon männerfeindlich sind. Jedenfalls eine letzte Bemerkung vielleicht noch, bevor du uns was zu diesem besonderen Roman erzählst. Wolfgang Welbeck, muss man dazu wissen, geht eigentlich sehr spielerisch damit um. Also in der Öffentlichkeit. Es gibt eigentlich gar keine Trennung mehr zwischen, oder es gibt eigentlich nur noch diese Kunstfigur Welbeck. Es gibt gar keinen privaten Menschen mehr. Wenn man sich so Auftritte von ihm ansieht, dann sitzt er da immer schon völlig verwahrlost und macht das, würde ich sagen, auch mit einer großen Selbstironie. Da ist immer so eine... Also so spricht er einfach in so einer wahnsinnigen Langeweile und Monotonie und sagt dann mitunter auch sehr reaktionäre Dinge. Aber immer so, dass er merkt, dass das eigentlich nicht eher als Privatperson ist, sondern dass er sich eher über dieses Bild, das man ihm angeheftet hat, lustig macht. Da gibt es so eine Szene in einem Film. Es gibt einen Film von 2013, der heißt Die Entführung des Michel Welbeck. Und in einer der ersten Szenen ruft er ein Taxi. Und dann steigt der Taxifahrer aus. Und dann sieht er, dass er einen Migrationshintergrund hat und sagt sofort, ah nee, ich muss doch noch was einkaufen, wollte eigentlich doch lieber die U-Bahn nehmen. Und da sieht man, dass Welbeck, dass selbst mittlerweile sich komplett karikiert, dieses Bild, das da von ihm gemalt wird, und dass man das auch häufig nicht als ernst nehmen sollte. Und dennoch sind seine Romane von einer diagnostischen Prägnanz, dass es einen umhaut. Und das ist erstmal das ganz Besondere daran, dass es Gegenwartsliteratur im wahrsten Sinne ist. Und das begann ja schon mit seinem ersten Buch Ausweitung der Kampfzone. Das war ein Paukenschlag. Und dort sind auch schon einige Thesen von Welbeck zu finden, die sich dann durch sein Werk ziehen. Zum Beispiel, dass eigentlich der Westen nur noch so eine große Shopping-Mall ist und sich die Gesellschaft auch eigentlich nur noch versteht als eine, die aus Kunden besteht. Dann geht es immer darum, dass man irgendwie versucht, eine sexuelle Erfüllung zu bekommen. Aber das ist natürlich in einem Konsumkapitalismus nur noch über Geld möglich, wenn man nicht über das andere Kapital verfügt, nämlich Schönheit und Jugend. Und wenn diese schwindet, wie bei den Durchschnittsmenschen, die in der Regel seine Protagonisten sind, dann ist das Ganze nur noch monetär eigentlich zu regeln. Und das ist das große Thema dann auch von Plattform. Plattform ist ein Tourismusroman. Es beginnt damit, dass der Protagonist, der zufälligerweise Michel auch heißt, ein bisschen erbt. Sein Vater ist gestorben und er entschließt sich dann zu einer Reise nach Thailand und schildert dann erst mal 100 Seiten lang, wie sich so eine Reise verhält, wie die Touristen dort sich verhalten, was eigentlich für Angebote da sind. Ein bisschen Animierlokale, ein paar Animateure. Dann macht man sich morgens über das Buffet her. Aber eigentlich zeigt er so ein Leben eines gelangweilten Westers, der irgendwo noch ein bisschen Glück sucht. Und dieses Glück kann immer nur bei Michel Werbeck in sexueller Erfüllung liegen. Und diese sexuelle Erfüllung wird auch sehr biologistisch, fast pornografisch geschildert. Also es geht jetzt nicht darum, dass hier von einem großen Innenleben erzählt wird, also von dem, was Protagonisten fühlen, wenn sie Sex haben, sondern es wird eher die Mechanik beschrieben. Er lernt dann Michel eine Frau kennen, Valérie. Sie ist 13 Jahre jünger. Sie ist in der Tourismusbranche tätig, wie sich später herausstellt. Und mit ihr scheint es noch einmal zu funktionieren, was er sonst im Westen nicht mehr findet, nämlich sexuelle Erfüllung, Ekstase, viele Orgasmen. Und Liebe muss man vielleicht auch hinzufügen. Und auch wohl Liebe. Und es geht aber dann darum, dass sie immer mehr dazu übergehen, dem Westen als solches zu diagnostizieren, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist im Westen, dass das eine Ausnahme ist, die sie hier erleben. Aber man doch darüber nachdenken sollte, ob man daraus nicht ein großes touristisches Konzept macht. Denn da gibt es noch den Vorgesetzten von Valérie Jean-Yves, der jetzt bei einem großen Reisekonzern anfängt und Valérie dorthin mitnimmt. Und sie sollen sich etwas ausdenken, wie die Clubhotels noch mal neu Begeisterung hervorrufen können, da eigentlich dieses Reisemodell ein bisschen aus der Mode ist. Und dann kommt man zu der Idee, dass man eigentlich eine große Sextourismusplattform eröffnen muss. Und da gibt es dann folgende Bemerkungen auch zu, um dieses Konzept genau zu erklären. Nämlich, das ist eine Idee, die dann der Protagonist Michel hat, weil er eigentlich von sich seinen Bedürfnissen ausgeht und lange überlegt und sich fragt, was fehlt eigentlich? Und dann sagt er Folgendes. Also fuhr ich fort. Auf der einen Seite hast du mehrere hundert Millionen Menschen in der westlichen Welt, die alles haben, was sie sich nur wünschen, außer dass sie keine sexuelle Befriedigung mehr finden. Sie suchen unablässig, aber sie finden nichts und sie sind darüber unglücklich, bis auf die Knochen. Und auf der anderen Seite gibt es mehrere Milliarden Menschen, die nichts haben, kläglich verhungern, jung sterben, unter ungesunden Bedingungen leben und nichts anderes mehr zu verkaufen haben als ihren Körper und ihre intakte Sexualität. Das ist einfach. Wirklich einfach zu begreifen. Das ist die ideale Tausch-Situation. Das Geld, das man damit verdienen kann, ist kaum vorstellbar. Mehr als mit der Informatik, mehr als mit den Biotechniken, mehr als mit der Medienindustrie. Es gibt keinen Wirtschaftsbereich, der sich damit vergleichen lässt. Und dann geht es an, dass man dieses Projekt realisiert. Und wir wollen nicht zu viel verraten, aber es gibt da noch einen großen Antipoden dieses neuen Modells des westlichen Tourismus, nämlich den islamistischen Terrorismus, der irgendwann auch in Erscheinung tritt. Und das Buch ist 2001 erschienen. Es wurde ganz stark im September 2001 rezipiert und man diskutierte, inwieweit Houellebecq islamfeindlich ist. Und dann gab es den 11. September. Und seitdem hat Michel Houellebecq so einen Prophetenstatus. Und das hat sich dann auch tatsächlich immer wiederholt bei seinen Romanen, dass er immer irgendetwas aufgriff, was dann gerade schon oder im nächsten Moment passierte, so dann zum Beispiel auch bei Unterwerfung. Da geht es ja auch um Terroranschläge in Paris. Und dann kurz nach dem Erscheinen gab es dann die Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Ja, beziehungsweise man muss noch weiter gehen eigentlich. Am Tag der Veröffentlichung waren die Anschläge auf Charlie Hebdo und wer war auf dem Cover von Charlie Hebdo? Michel Houellebecq. Also es war wirklich in dieser Extremität, muss man sagen. Und da hast du jetzt eigentlich schon sehr viele Themen angesprochen, glaube ich, die wahnsinnig wichtig sind. Also einerseits diese Auseinandersetzung mit dem Westen, mit dem Zerfall des Westens und gleichzeitig das Thema politischer Islam. Dann natürlich das große Thema der Sexualität und dann noch die Ökonomie. Und all diese Dinge sind natürlich immer aufs engste miteinander verknüpft. Ich meine, du hast es eben ja schon zitiert. Da wird einfach gesagt, das ist die ideale Tausch-Situation. Und das ist ja eigentlich so ein richtig schönes Freihandelsparadigma, dass man sagt, wir haben hier zwei ökonomisch völlig unterschiedlich starke Länder und auf der einen Seite reiche Menschen, die sich nach Sexualität sehen, auf der anderen Seite arme Menschen, die Geld brauchen und die bereit sind, diese Sexualität zu geben. Das ist doch der ideale Tausch. Und das ist ja so wunderbar. Das zeigt schön diese Freihandelsideologie auf, beispielsweise, weil die ja auch immer davon ausgeht, dass man sagt, ja, auch wenn die Handelspartner völlig ungleich stark sind, letztlich hilft Freihandel allen. Idealer Tausch bringt alle voran. Und die realen Machtverhältnisse, die dadurch verschleiert werden, durch solch eine Rhetorik, die werden dann natürlich hier in diesem Roman, wo das Ganze eher auch sehr satirisch gemeint ist, muss man sagen, das wird hier wunderbar offensichtlich. Und das ist sicherlich etwas, was man sagen muss, dass dieses Thema der Ökonomie Wilbecks Romane immer durchzieht. Also einerseits jetzt so explizit, sage ich mal, dass man zum Beispiel spricht über das, was du eben beschrieben hast, dieses Thema Freihandel. Und auf der anderen Seite aber auch ist es so, dass er immer den konsumistischen Alltag wahnsinnig explizit beschreibt. Also er beschreibt dann... Ganz viele Markennamen nennt. Das ist ja auch entscheidend für ihn. Wie er sich vor den Fernseher setzt, 16 zu 9, LCD und den DVD-Player anmacht. So Dinge beschreibt er sehr explizit, auch mit Markennennungen. Oder an einer anderen Stelle schreibt er, das möchte ich mal kurz zitieren, weil ich finde, dass dieser Humor, der da durchschümmert sich doch, ja, dass man den da wunderbar erkennen kann. meinen letzten freien Tag verbrachte ich in verschiedenen Reisebüros. Ich mochte die Urlaubskataloge, ihre Abstraktion, ihre Art, Orte aus der ganzen Welt auf eine begrenzte Sequenz von Tarifen und möglich, um Glück zu reduzieren. Mir gefiel vor allem das Sternchen-System, um die Größe des Glücks anzuzeigen, die man berechtigterweise erwarten durfte. Ich war nicht glücklich, aber ich schätzte das Glück und sehnte mich weiterhin danach. Dem Modell von Marshall zufolge ist der Käufer ein rationales Wesen, das sein Bedürfnis unter Berücksichtigung des Preises zu maximieren sucht. Und dann geht er immer so weiter und erklärt drei, vier, fünf verschiedene Modelle, wie man sich das Verhältnis des Konsumenten zum System und zur Ware vorstellen kann und zum Kaufprozess und endet dann ganz lapidar mit. Im Grunde fühlte ich mich eher von dem Modell von Marshall angezogen. Und das ist, glaube ich, sehr repräsentativ dafür, wie er schreibt, dass er dann immer dieses konsumistische Glück zeigt, das manchmal sogar noch so ein bisschen verhaltensökonomisch oder soziologisch deutet, um dann zu so einer ganz lapidaren, plumpen Bemerkung zu kommen. Ja, und zugrunde liegt dem immer so eine Idee und das zeichnet auch alle Romane aus. Welbeck sagte mal im Interview, er hätte so alle zwei Jahre eine Idee, aber die sei dann richtig gut und so ist es auch hier. Was ist eigentlich, wenn man diese Arbeitsteilung, die ja nichts anderes als Globalisierung bedeutet, wenn man die einmal richtig weiterdenkt, könnte man das nicht auch gänzlich auf die Sexualität übertragen und könnte man auch dann nicht auch aufhören, sich diese permanenten Fragen zu stellen, ja, warum ist das so und warum kommen Menschen nicht mehr so richtig zusammen, sondern man stellt einfach fest, auf der einen Seite gibt es die vitalen jungen Körper, auf der anderen Seite gibt es die, die diese vitalen jungen Körper nicht mehr haben. Er schildert ja auch sehr schön die deutschen Touristen, die alle verfetten, vermutlich werden sie bald sterben, steht dann einfach nochmal so dabei und man fragt sich dann, wie kann man das zusammenbekommen und das wird durchdekliniert in aller Radikalität und das ist ja das Faszinierende bei der Rezeption von Welbeck, dass viele das einfach ihm als bösartig auslegen, wenn gleich er ja eigentlich nur jemand ist, der einfach mal konsequent weiterdenkt und diese ganzen Blindflecken der Linksliberalen, die sagen auch, nein, das ist mir aber jetzt, jetzt geht es aber wirklich zu weit, ja, also dass jetzt hier in einer solchen Weise über Sex geschrieben wird oder so, dass er das total demaskiert, indem er sagt, ja, wenn wir alles doch so einer marktwirtschaftlichen Logik unterwerfen, warum denn nicht auch gänzlich die Sexualität, was hindert uns denn da? Das ist ja bei ihm einfach so, dass er kein Gott oder irgendeine übergeordnete Ordnung mehr akzeptiert und er sagt, das ist eigentlich auch das Moderne an unserem Dasein im Westen und dann kann man aber auch, wenn man nur noch solche marktwirtschaftlichen Gesetze hat, alles damit versuchen zu erklären. Es gibt ja so eine Stelle, da erzählt der Protagonist Michel, dass er sich immer wieder einmal überlegt hat, ob es reichen würde, nur die Wirtschaftsteile der Wirtschaftszeitungen, die Wirtschaftsteile der Zeitungen akribisch genug zu lesen, um sich die gesamte Welt zu erklären, um alles entziffern zu können und in gewisser Weise ist das, was wir hier finden, dem sehr ähnlich. Er entziffert die Welt, indem er alles mit so einem Angebot- und Nachfragegesetz versucht zu beschreiben und zu durchschauen. Und er, das hast du eben schon angedeutet, hat eine große Abneigung gegen Linksliberale. Eigentlich alles, was auf 68 folgte, ist für ihn nur ein großer Zirkus, über den man sich lustig macht, muss man wirklich sagen. Wenngleich man das vielleicht auch wieder ein bisschen relativieren muss, dass man sagen muss, eigentlich kommt ja niemand bei ihm gut weg. Also bei ihm kommen ja progressive wie konservative eigentlich alle nicht irre gut weg. Und das merkt man natürlich in diesem Roman auch immer wieder. Es gibt zum Beispiel in dieser Touristengruppe, mit der er am Anfang des Romans unterwegs ist, da gibt es so ein ökologisch bewegtes Pärchen. Und da macht er sich nur drüber lustig und beschreibt dann, dass natürlich die, die, wenn man dann wirklich mal in die Natur rausgeht und dort einen Tag verbringt, dass es dann die sind, die am meisten rumheulen und macht sich da sehr, sehr boshaft drüber lustig und gibt dann große Exkurse darüber, dass eigentlich die Boomer, so die Boomer-Generation, die ihre 40-Stunden-Woche macht und sich dann alle drei Jahre mal einen guten Urlaub gönnt, dass die eigentlich viel härter am Nehmen sind als die angeblich so naturfreudigen, jungen, ökologisch bewegten Menschen. Es ist so ein Zynismus, der kann vielleicht einem auch manchmal auf die Nerven gehen, aber es ist auch mitunter sehr komisch. Oder einmal beschreibt er zum Beispiel auch so eine linksliberale Haltung und zwar, da erzählt er über einen Reiseführer, über den Guy du Routard, das ist ein französischer Reiseführer, also ein Routard, das ist so eine Art Backpacker und da werden dann die Urlaubsziele beschrieben und dieser Guy du Routard, der ist ganz vehement gegen den Sextourismus und auch das nimmt der Protagonist einfach nur mit einer großen Bissigkeit und einem großen Humor hin. Er sagt dann, obwohl der Guy du Routard vom Prinzip her das Ziel verfolgt, den Leser auf die Thailand-Reise vorzubereiten, äußert er in der Praxis die größten Vorbehalte und fühlt sich gehalten, bereits im Vorwort den Sextourismus anzuprangern, diese abscheuliche Sklaverei. Kurz gesagt, die Schreiberlinge, die diesen Reiseführer verfasst hatten, waren Nörgeltypen, deren einziges Ziel darin bestand, den Touristen, die sie hassten, auch noch die letzte kleine Freude zu vermiesen. Sie liebten im Übrigen nicht so sehr wie sich selbst, den kleinen, sarkastischen Bemerkungen nachzuurteilen, die sich durch das ganze Buch zogen, wie etwa, ach liebe Frau, wenn sie das zur Zeit der Hippies gekannt hätten. Das Unangenehmste war zweifellos dieser entschiedene, ruhige, strenge Ton, in dem eine gezügelte Empörung bebte. Das hat nichts mit Prüderie zu tun, aber uns gefällt Partaya einfach nicht. Was zu viel ist, ist zu viel. Ein paar Zeilen weiter ließen sie sich über die fettwanzigen Westeuropäer aus, die mit kleinen Thai-Mädchen Hand in Hand einherstolzierten, das fanden sie, Zitat, geradezu zum Kotzen. protestantisch-humanitäre Idioten waren das, sie und die ganze Schar von netten Freunden, die ihnen bei diesem Buch geholfen hatten und deren dreckige Visagen selbstgefällig auf den hinteren Buchdeckel prangten. Ja. Ja. Damit steht Houellebecq in der Tradition vom Marquis de Sade. Er steht überhaupt sehr in der Tradition dieser französischen Autoren, die bis zum Letzten gehen, die es durchdenken, die auch keinen Stein auf dem anderen lassen, also die nicht in dieser Weise moralinsauer sind, wie das zum Beispiel bei deutschsprachigen Autoren oft ist. Ja. Also ich glaube ja, die meisten Gegenwartsautoren in Deutschland schreiben eigentlich, um mal ins Schloss Bellevue eingeladen zu werden. Houellebecq schreibt so, dass er da eigentlich nie hin darf. Und das ist das Herausragende an ihm, dass er von Anfang an, von seinem ersten Buch an, sich so eine exzentrische Stellung geleistet hat. Natürlich inzwischen auch sehr, hat sich das gelohnt mit hohen Auflagen und auch Preisen. Aber er ist auch jemand, der in so einer solitären Position von außen das alles betrachtet. Und diese distanzierte Position, die wird in diesem Roman sehr schön deutlich, wenn er diese Touristen beschreibt, wenn er die Touristen zum Teil als Säugetiere bezeichnet, die sich dann Hummer aussuchen, die sie abends essen. Und dann sagt er, da stehen zwei Säugetiere und die beobachten zwei Schalentiere. Oder, was er über die deutschen Touristen sagt, für mich die schönste Stelle, Wenn deutsche Senioren viel getrunken haben, tun sie sich manchmal zu einer Gruppe zusammen und stimmen langsame Gesänge von unendlicher Traurigkeit an. Das belustigt die umstehenden thailändischen Kellner so sehr, dass sie kleine Schreie ausstoßen. Das ist so herrlich auf den Punkt gebracht, dass es auf jeden Fall ein sehr humorvoller Roman ist und zugleich ist er grundiert von einer unendlichen Traurigkeit darüber, dass eigentlich wir es mit so den letzten Menschen, wie Nietzsche sagen würde, zu tun haben im Westen, die noch einigermaßen gut Wohlstand haben, noch ein bisschen vielleicht erben und jetzt ihren kleinen Lüsten nachgehen wollen, bis man dann irgendwann sterben kann. Und um diesen Lüsten dann auch in einer gewissen Regelmäßigkeit nachgehen zu können, um das auch ein bisschen systematisieren zu können, braucht man dann so eine Sextourismus-Plattform und man überlegt aber dann eine Weile, wie man überhaupt dafür werben kann, da das ja gerade in Frankreich jetzt immer mehr unter so einem zwielichtigen Verdacht steht, dass man eigentlich Prostitution doch verbieten sollte und so. Das ist ja ein großes Thema immer für ihn. Weil Beck hat sich ja auch immer gerne provokant geäußert, wer die Prostitution verbietet, will eigentlich die Ehe abschaffen und solche Äußerungen gibt es ja. Und ich finde das aber sehr toll, wie er, glaube ich, sehr gut studiert hat, wie Marketing funktioniert, um dann auch solche Dialoge schreiben zu können, wie zum Beispiel dieser hier, den ich mal kurz zitieren möchte. Und zwar geht es darum, wie man dieses Konzept dann jetzt überhaupt vorstellen will. Denn es sei doch entscheidend, von Anfang an irgendwie klarzumachen, dass man ja eine Insel des Glücks schafft und dass man es aber nicht zu vulgär ausdrückt, dass man in irgendeiner Weise auch den Leuten sagt, dass sie das machen dürfen, was sie da jetzt gerade machen wollen. Und dann heißt es da, Valerie machte den genialen Vorschlag als Grundtarif in den Katalogen den Preis für Einzelzimmer anzugeben und eine Ermäßigung von 10% für die Zimmer zu gewähren, die von Paaren bewohnt wurden. Also kurz gesagt, die übliche Präsentation umzukehren. Ich glaube, ich habe den Vorschlag gemacht, eine Gay-Friendly-Politik zu propagieren und das Gerücht zu verbreiten, dass etwa 20% der Gäste in den Clubs Homosexuelle seien. Diese Information genügte im Allgemeinen, um sie anzulocken. Und eine Sexatmosphäre entstehen zu lassen. Davon verstanden sie was. Länger beschäftigte uns die Frage, welchen Slogan wir der Werbekampagne zugrunde legen sollten. Jean-Yves hatte eine einfache, wirksame Formel gefunden. Ferien, um sich mal richtig auszutoben. Aber ich habe schließlich die Stimmenmehrheit mit folgendem Spruch erzielt. Eldorado Aphrodite, weil wir das Recht haben, uns zu vergnügen. Seit dem Eingreifen der NATO im Kosovo ist der Begriff Recht wieder aufgewertet worden, erklärte Jean-Yves in etwas zweideutigem Ton. Aber in Wirklichkeit meinte er es ernst, denn er hatte in Strategie einen Artikel darüber gelesen. Alle Werbekampagnen der letzten Zeit, die auf dem Thema des Rechts oder des Anspruchs basieren, sind erfolgreich gewesen. Das Recht auf Innovation, das Recht auf Qualität, das Recht auf Vergnügen, sagte er zum Abschluss traurig, ist ein neues Thema. Ja, und du hast noch ein Thema eigentlich eben angesprochen oder implizit angesprochen durch dein Zitat. Das ist nämlich zum Beispiel auch die Liberalisierung, die sich durch den Kapitalismus ergibt. Also später im Roman sagt ein anderer großer Unternehmer, der dann in das Projekt einsteigt, es ist recht seltsam. Bislang hat sich kein großes Unternehmen ernsthaft mit der Frage beschäftigt, also wie man den Sexturismus stärker machen kann, abgesehen von ein paar im Übrigen völlig unzureichenden Versuchen in Richtung der homosexuellen Kundschaft. Das heißt, da wird auch noch mal ganz klar gezeigt, das sind Unternehmer und die mögen vielleicht auch privat ihre Vorurteile haben, aber wenn es darum Geld zu machen, dann legen die das alles ab. Und da sieht man tatsächlich auch dieses emanzipatorische Potenzial, wo sicherlich so jemand wie Milton Friedman, wir haben das ja damals sehr kritisch beugt in der Folge über Kapitalismus und Rassismus, wo Milton Friedman natürlich für steht, dass er sagt, ja, aber es lohnt sich ja einfach, überhaupt nicht Menschen zu diskriminieren. Ganz im Gegenteil, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen eine Gay-Friendly-Politik hier bei uns oder wir spenden was an den Regenwald, an WWF oder was auch immer, das sind alles Projekte, die führen eher zu einem höheren Ansehen, die inkludieren immer mehr Menschen und ermöglichen damit, mehr Gewinne zu machen. Und das wird hier, finde ich, an diesen Stellen einfach wunderbar sichtbar, was für eine liberalisierende Wirkung dieses System mitunter auch hat. Und das sind ja Leute, also so große Manager, das sind jetzt ja nicht die Leute, die man normalerweise als Speerspitze des Fortschritts deuten würde. Aber gewissermaßen sind sie es manchmal schon, wenn sie denn einfach nur ihr Profitinteresse verfolgen. Das ist eigentlich das, was man hier sehen kann, auch wenn auch das sicherlich nicht immer ganz ernst zu nehmen ist, muss man sagen. Was aber vollkommen einleuchtet, also dass man sagt, wir orientieren uns an solchen Gay-Friendly-Konzepten, weil da ja schon eine größere Ablösung von traditionellen Wertvorstellungen stattgefunden hat. Also die Familie wird dann nicht mehr klassisch definiert und all das. Und damit ist auch erst einmal das eine konsumistische Avantgarde, der man nur Folgen braucht, was ja auch tatsächlich in verschiedenen Bereichen passiert ist, also in Bereichen der Mode oder auch der Musik und in verschiedenen anderen Teilen gibt es ja immer so eine Orientierung daran oder auch solche Gentrifizierungsprozesse hängen ja auch sehr stark damit zusammen, dass dort erst einmal andere als die klassischen Lebensentwürfe gelebt werden. Und das ist sehr genau durchschaut. Und was das Bemerkenswerte jetzt bei Wellbeck ist, ist, dass er es eben nicht mit so einer linksliberalen Moral versieht und sagt, oh, das ist aber auch wichtig, dass sich irgendjemand da emanzipieren kann oder so, sondern Wellbeck geht da von den niedersten Instinkten aus. Menschen wollen Sex haben. Wie kommen sie an Sex? Wir machen diese Plattform. Und das haben die anderen auch schon vorgemacht. Und die wollen auch alle nur sehen, dass sie noch ein bisschen Glück empfinden können, ehe sie zu alt sind, um noch eine Erektion zu bekommen. Im Übrigen gilt das ganze Konzept ja auch für Frauen. Also das sollte hier nicht vergessen werden. Also es ist jetzt nicht ein Buch, das irgendwie den männlichen Sextourismus nur darstellen will, sondern es gibt dann eine Diskussion zwischen Valérie und Michelle. Und dann sagt Michelle folgendes. Ich glaube nicht, dass wir das Rad rückwärts drehen können. Nein, vermutlich passiert etwas anderes. Und zwar dürften sich die Frauen immer mehr den Männern angleichen. Zurzeit legen sie noch großen Wert auf Verführung, während die Männer damit wenig am Hut haben. Sie wollen vor allem vögeln. Die Verführung interessiert nur ein paar Typen, die kein wirklich aufregendes Berufsleben oder auch sonst keine Interessen im Leben haben. Sobald sich die Frauen stärker für ihr Berufsleben und ihre persönlichen Vorhaben interessieren, werden auch sie es einfacher finden, zu bezahlen, um zu vögeln. Und dann wenden sie sich dem Sextourismus zu. Die Frauen können sich den männlichen Wertvorstellungen anpassen. Es fällt ihnen zwar manchmal schwer, aber sie können es durchaus. Das hat die Geschichte gezeigt. Ja, das ist auch eine Form von Fortschritt, könnte man jetzt sagen. Und was jedenfalls wunderbar ist an diesem Roman, ist, wie transparent er eigentlich diesen Prozess der ökonomischen Ideenfindung auch macht. Also sie kommen auf diese Idee mit dem Sextourismus, aber vorher fahren sie nochmal einmal in den Urlaub und gehen in so einen Club mit Animateuren und allem drum und dran. Nach Kuba. Ja, nach Kuba. Und sie sehen, das funktioniert nicht. Die Leute machen kaum mit. Da klatschen bei den Animateuren ein paar Rentner müde im Takt. Aber eigentlich sind sich alle einig, dass es eher langweilig und nervig ist, dass es essen schlecht ist, dass es die totalen Fehlinvestitionen sind, die man dort sehen kann, dass man ganz viel Geld ausgibt für Animateure, die eigentlich keiner braucht, die selbst keinen Bock haben, die Leute hinter der Bar behandeln einen wie Dreck. Das wird alles so zur Kenntnis genommen. Oder auch, dass man sagt, ja, die Eigentümer, also die, die diese Clubs leiten, die sind eigentlich auch eher faul, weil die sich gesagt haben, ja, ich verbringe mein restliches Leben in der Sonne und solange der Laden irgendwie läuft, werde ich schon zurechtkommen. Und dann machen sie wirklich einen harten, klaren Schnitt und sagen, nein, wir schmeißen die jetzt alle raus. Die ganzen Animateure werden rausgeschmissen. Diese Leute, die die Clubs leiten, die werden rausgeworfen und durch neue Manager ersetzt. Wir brauchen eine komplett neue Art und Weise zu denken und wir ersetzen das ganze Konzept dann durch den Sextourismus und legen das eigentlich nur darauf aus, dass, also früher zum Beispiel war es zwar auch so, dass die Leute ins Ausland gefahren sind, um Sextourismus durchzuführen, aber das Problem war dann, dass sie das zum Beispiel nicht im eigenen Hotelzimmer durften und sich dann immer außerhalb im Dorf in der Nähe irgendwo ein Zimmerchen mieten mussten und so. War auch gefährlich manchmal. Es ist gefährlich, es ist auch ineffizient, es nervt die Leute, es verschafft ihnen ein schlechtes Urlaubsgefühl, es ist ihnen lästig und dann kommen sie nicht wieder. Und all das wird ganz eiskalt durchkalkuliert, ohne dass man über Moral oder irgendwas nachdenkt. Dann sagt man am Ende, prima, der perfekte Tausch und alle sind glücklich und dann wird das Projekt auch initiiert. Man zeigt sich natürlich von Seite des Unternehmens sehr skeptisch erstmal, weil man Angst davor hat, mit so Massen-Sex-Tourismus in Verbindung gebracht zu werden. Ja, und man möchte auch nicht Prostitution unter 16 Jahren. Also da macht man dann doch noch so eine letzte Grenze. Genau. Ist man sich einig, ja. Genau, aber man sagt dann eigentlich auch ganz klar, macht ihr mal und wenn es am Ende einen Skandal gibt, dann distanzieren wir uns einfach von euch und sagen, wir haben dann der oberen Etage überhaupt nichts von mitbekommen von eurem Urlaub mit Scham, wie es heißt. Das heißt, da ist auch diese ganz typische Manager-Strategie, Delegation von Verantwortung. Es heißt, der Untergeordnete, der hat zu liefern. Er darf nur Erfolg haben. Das ist das Einzige, was er haben darf. Er darf sich nicht Hilfe suchen, nach oben richten. Das kann er gleich ganz vergessen. Er ist auf sich allein gestellt und entweder er hat Erfolg und kriegt einen dicken Bonus oder es gibt einen Skandal und dann distanziert sich das Management von ihm und schmeißt ihn raus. Das ist einfach, das wird hier alles wahnsinnig transparent gemacht und ich glaube, gerade diese Passagen sind eine besondere Freude oder es gibt dann auch so eine Stelle, da kommt ein Konsumsoziologen. Und die Suchbewegung dorthin. Du hast das ja gerade gesagt, dass sie nochmal verreisen und nochmal überlegen, ja was fehlt denn eigentlich diesen Clubs? Denn es gibt ja Umfragen. Es gibt Umfragen unter den Touristen und die kreuzen immer an, war alles gut, weil sie sich auch selbst, glaubt dann der Protagonist und auch glaubt, dass Jean-Yves, dass sie sich nicht eingestehen können, dass eigentlich der Urlaub scheiße war. Es war schrecklich langweilig und man muss nur dann sehr tief bohren und muss eigentlich an das rangehen, was so die basalen Grundbedürfnisse des Menschen sind und sich fragen, ja was hat dann vielleicht wirklich gefehlt, was aber niemand in so einen Bogen schreiben würde und das ist der Sex und das ist eine tolle Sache, wie wir dorthin geführt werden, auch durch dieses langweilige Leben hindurch. Das ist ja ein Urlaub ohne Abenteuer, wir wissen das, wenn wir diesen Urlaub starten und dennoch sind wir fasziniert, was man aus dieser Langeweile dann für eine großartige Literatur generieren kann. Im Übrigen ist ja Tourismus nicht nur hier ein großes Thema bei Wellbeck, sondern auch in Lanzarote eine Erzählung, die auch schon solche Dinge andeutet und da ist es so, dass der Protagonist sich extra Lanzarote auswählt, weil es ein besonders langweiliges Urlaubsziel ist. Und schön ist dann auch noch eine Szene, die wollte ich eben noch erwähnen, da kommt so ein Konsumsoziologe zu Besuch und erzählt dann nochmal das, was ohnehin allen offensichtlich ist, liest dann vor, im Jahr 2000 ist es vorbei mit dem Massentourismus, die Menschen träumen vom Reisen als Selbstverwirklichung, die zugleich einen ethischen Anspruch erhebt. Und dann sitzen Valéry und Jean-Yves da und hören sich das alles an in so einer großen Runde und fragen sich dann, wie viel hat der Typ für seine Studie bekommen, fragte Jean-Yves Valéry leise. 150.000 Franc, das ist nicht zu fassen. Will sich dieser Idiot etwa damit bescheiden, uns einen Artikel aus dem Nouvelle Observateur vorzulesen und sofort wird der Hochkant rausgeschmissen und gesagt, vielen Dank, wir brauchen Sie nicht mehr, wir haben jetzt 150.000 mit Ihnen verschwendet und jetzt ab die Post hier. Es ist auch sehr, sehr schön, finde ich. Und es ist jemand, der von außen kommt, der nichts mit der Industrie zu tun hat, nämlich dieser mittlere Beamte, Michel, der eigentlich Kulturprojekte beziehungsweise Anträge für Kulturprojekte betreut, die ihn aber überhaupt nicht interessieren. Und es ist dieser externe Blick, der die Disruption auslöst. Also das, was Unternehmen ja jetzt überall suchen, dass man Disruptionen erstellen kann, dadurch, dass man irgendjemand Externes hinzunimmt, der schaut sich das an und sagt, nee, wir müssen ganz anders denken, jetzt wird mal hier der Rotstift ausgepackt. Und das ist so großartig auch beschrieben, dass ich glaube, dass Wellbeck auch sehr genau Schumpeter gelesen hat, weil es immer wieder darum geht, dass der Kapitalismus ein ständiger Krieg ist, in dem man kämpfen muss. Und immer wieder geht es darum, dass etwas Neues da ist, was aber ganz schnell veraltet, so muss man das nächste Neue finden. Und was wir hier haben, sind drei Figuren, die das sehen und das auch einmal wirklich schaffen wollen, dass sie was ganz Großes Neues schauen, um dann aber auch auszusorgen, um sich dann verabschieden zu können, damit andere in diesem Krieg kämpfen können, wie es heißt. Aber sag doch mal, wie würdest du den Stil beschreiben? Das ist wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt. Wie würde man den Stil beschreiben von Wellbeck? Ja, vielleicht noch ein Satz zum Vorherigen, weil du gesagt hast, dass die anderen kämpfen für einen weiter. Genauer heißt es dort, man holt sich Aktienoptionen oder man holt sich Aktien des Unternehmens dann am Ende und lässt sich damit als Bonus auszahlen, nachdem man es hochgeschafft hat. Und dann, wenn man die Aktien hat, kämpfen die anderen für einen weiter. Es ist ja sehr schön, weil das ja eigentlich das ist, was wir im Podcast auch immer wieder gesagt haben. Diese Idee, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, ist Quatsch. Wer sich Aktien kauft, der profitiert von Profiten, die andere Menschen erwirtschaften und das sind hier Protagonisten, die das ganz klar zum Ausdruck bringen. Die sagen, ich will meine Aktien haben, damit die anderen für mich weiter arbeiten gehen. Und das ist zumindest eine erfrischende Ehrlichkeit. Ja, der Stil Wellbecks, ich meine, wir haben ja jetzt schon viel zitiert und ich glaube, dass doch einiges auffällig geworden sein wird. Das ist einerseits etwas, also insbesondere, wenn man es auf Französisch liest, dann fällt einem das auf, dass Wellbeck sich dieser Konsumbegriffe einerseits bedient, aber auch vieler Anglizismen immer wieder bedient. Das ist sehr typisch in seiner Sprache und das ist natürlich etwas, was auch in Frankreich überhaupt nicht gut ankommt, muss man dazu wissen. Also zumindest so auf dieser kulturpolitischen Ebene nicht. Es gibt ja in Frankreich wirklich sehr strenge Regulierungen. Das ist ja etwas, was es in Deutschland so nicht gibt. Wie viele Fremdwörter in Zeitungen sein dürfen etc. Also da ist man ja wahnsinnig konservativ und versucht, an der schönen alten Sprache festzuhalten. Und da ist Wellbeck schon mal überhaupt nicht dabei. Eigentlich diesen Siegeszug des Englischen als Weltsprache, den kann man in seinem Werk auch wunderbar sehen. Es sind sehr kurze, pragmatische Sätze, könnte man sagen. Also das sind jetzt nicht Sätze, wie man sie vielleicht in Deutschland von einem Thomas Mann kennt oder in Frankreich von einem Marcel Proust, wo man einfach sagt, das geht über eine Seite, so ein Satz, und der ist verschachtelt wie sonst was. Und insbesondere, wenn man jetzt bei Proust ist, dann ist man natürlich auch immer bei einer gewissen Romantik, bei Träumen, wo der Protagonist dann erzählt, was passiert, wenn man in den Garten der Träume geht und dann geht man da die Allee lang und bla, bla, bla. So was findet man bei Wellbeck alles überhaupt nicht. Das ist eine klare Sprache, es sind kurze Sätze, es ist eine Darstellung des Konsumismus, es ist vermischt mit, auch nicht nur mit Darstellungen der Handlungen, sondern auch wirklich so, dass da einfach mal ein Exkurs kommt, dass er schreibt, dann las ich Auguste Comte und erkannte dies und das oder es gibt dieses und jene Marketing- und Management-Konzept, das wird alles da immer so eingestreut. Das ist also ein sehr eigentümlicher Stil, der eigentlich perfekt, würde ich sagen, in, sag ich mal, so eine Zeit von Ikea-Katalogen und Globalisierung passt. Oder wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, das ist sehr, sehr treffend, wie du das beschrieben hast. Er nimmt Diskurse, die virulent sind, aber nicht so, dass er jetzt einfach sagt, ich schreibe mal so einen Diskursroman, sondern er versucht auch immer ganz nah am Objekt zu bleiben und das zeigt sich vor allem in den Dialogen. Das ist wahnsinnig gut beobachtet beziehungsweise wir wissen nicht, ob es beobachtet wurde und dann in den Roman eingeflossen ist, aber es ist sehr präzise, es hat was extrem Pointiertes, was er dort beschreibt, aber auch eine hohe Akribie hat er. Also er geht nicht mal so gerade darüber und sagt, naja, es gibt halt so Massentourismus, sondern er beschreibt ihn dann auch sehr genau oder es gibt nicht einfach nur irgendein Frühstücksbuffet oder irgendein Animierlokal, sondern es wird schon gesagt, was das jetzt Charakteristische daran ist und das kann er sehr gut kondensieren. Und es ist sehr, sehr modern und zum anderen ganz traditionell, was die Form anbelangt. Ja, der schreibt ein bisschen kürzere Sätze und ja, da sind Anglizismen drin, aber die Form ist der klassische, linear erzählte Roman mit einem Protagonisten, der auch zugleich der Ich-Erzähler ist und dann zieht sich das durch wie ein roter Faden, diese Handlung. Was nämlich Michel Houellebecq ablehnt, ist der Nouveau-Roman irgendetwas Experimentelles, das mit Sprache großgespielt wird oder das versucht wird, auf verschiedenen Ebenen, der Leser soll irritiert werden und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Nein, er erzählt Geschichten und diese Geschichten haben nicht mehr so etwas Abenteuerliches, wie das vor der Moderne möglich war, aber sie haben noch diese Geschichte und sie haben einen ganz klaren Anfang und ein klares Ende. Und sie zeugen von einer großen Grausamkeit, muss man auch immer wieder doch sagen. Es ist eine sehr boshafte Betrachtung, die da immer mit drin liegt. Ich erinnere mich noch, nach dem Attentat auf Charlie Hebdo, wo ja Houellebecq auf dem Cover war und wo es dann hieß, Hilfe, der ist wieder so islamophobe, da sagte Manuel Wall, sagte damals über Houellebecq, La France n'est pas Michel Houellebecq, also Frankreich ist nicht Michel Houellebecq, Frankreich ist nicht Intoleranz, Hass und Angst. Und das war so schön, weil Houellebecq dann interviewt wurde und dann sagte, oui, bien sûr que la France, also so redet er immer, so in so einem scheißegal-ton, muss man einfach sagen. Und er sagt dann, ja, nee, er ist jetzt gerade nach mehreren Jahren, wo er im Ausland gelebt hat, wieder zurückgekommen. Und das ist eigentlich schlimmer als je zuvor. Frankreich ist total intolerant, Hass und Angst erfüllt und da lässt sich überhaupt nicht drum herum reden. Und das hat nichts mit ihm zu tun und sein Roman ist nicht islamophob, sagt er dann und sagt dann ganz klar, nein, hier ist überall Hass und Angst und Phobie. Und ja, das ist sehr boshaft, würde ich sagen, wie er das beschreibt. Was natürlich manchen dann auch wieder auf den Entzünder geht, also dieses sehr explizite, muss man doch sagen. Es gab mal zu Elementarteilchen auch ein großer Houellebecq-Roman, noch aus den 90er Jahren, gab es eine Runde im Literarischen Quartett, wo sich dann Marcel Reich-Ranitzky aufregt und schrie, dass ein Thesenroman und Thesenromane seien immer schlecht. Ja, wenn man damit nicht klarkommt, mit so einer Form von Literatur. Und die Liebe, die Liebe fehlt, meinte er. Ja, das stimmt ja, aber so nicht ganz, muss man sagen. Und interessanterweise war es vor allem so, dass in dieser Runde es die Frauen waren, die ihn auf die Qualitäten des Romans hingewiesen haben und gesagt haben, dass vieles von dem, was er da sagt, eigentlich so nicht zutrifft. Und auch wir würden sagen, dass vieles von dem, was, glaube ich, so landläufig über Houellebecq gesagt wird, nicht stimmt. Und mal ganz im Gegenteil, da können wir jetzt mal unbezahlt werben, wie die Influencer sagen, können wir sagen, lest Michelle Houellebecq, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, denn den modernen Kapitalismus kann man durch die Literatur besser verstehen. Man kann sich vielleicht auch die Lektüre vieler soziologischer Studien ersparen, denn hier sind sie mit drin in diesem Roman. Und es ist ein Roman, der sich auch noch mal traut, das große Ganze zu beschreiben. Also wir haben hier nicht es mit einem Schriftsteller zu tun, der nur Nabelschau kann. Natürlich ist das wahnsinnig nicht ich zentriert und fixiert, was dort stattfindet. Aber doch wird das immer wieder in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gebracht, ja mit der ganzen Globalisierung zusammengebracht. Und wir sollten noch ganz kurz über das Thema Islamismus sprechen, islamistischer Terrorismus. Das ist ja etwas, was aus dieser heilen Welt dann sehr schnell ein Ende macht. Und die Frage ist, warum ist dieser islamistische Terrorismus so wichtig als Antipode in diesem Roman? Houellebecq geht schon davon aus, dass es zu dem westlichen kapitalistischen Modell, das sich schon sehr weit über den Westen auch hinaus verbreitet hat, noch ein Gegenmodell gibt. Und das ist der fundamentalistische Islam, der sich dem entgegenstellt, der nicht so funktioniert, dass alle Stehende und Ständische verdampft. und deshalb auch eine Gefahr ist für die westliche Welt. Aber am Ende wird dann auch der Protagonist beschwichtigt von einem Bankier aus Jordanien, der sagt, das Problem der Muslime, erklärte er mir, liegt darin, dass das Paradies, das der Prophet versprochen hat, bereits im Diesseits existiert. Es gab Orte auf dieser Welt, wo bereitwillige, lüsterne Mädchen für das Sinnenvergnügen der Männer tanzten und wo man sich am Nektar berauschen und dabei Musik mit himmlischen Klängen lauschen konnte. Es gab davon über 20 in einem Umkreis von 500 Metern rings um das Hotel. Diese Orte waren leicht zugänglich. Um eingelassen zu werden, brauchte man nicht die sieben Pflichten des Muslims zu erfüllen und auch nicht in den Heiligen Krieg zu ziehen. Man brauchte nur ein paar Dollar zu bezahlen. Man brauchte nicht einmal zu reisen, um das herauszufinden. Es genügte, wenn man eine Parabolantenne besaß. Für ihn gab es keinen Zweifel. Das islamische System hatte keine Zukunft. Der Kapitalismus würde siegen. Ja, das ist eine Prognose, die natürlich wahnsinnig optimistisch stimmt, muss man sagen. Aber ja, da sieht man wirklich, dass Schumpeter rezipiert worden ist, dass sicherlich irgendwann auch mal Marx und Engels rezipiert worden sind, wenngleich die natürlich nie explizit auftauchen. Aber du hast es ja eben schon angesprochen, diese These, alles ständig und stehende verdampft, die wird dann auch auf den Islam übertragen, dass man sagt, ja, auch da wird eine Modernisierung, eine Veränderung stattfinden, Richtung Konsum, Kapitalismus, auch wenn das vielleicht noch etwas dauert. Und ich meine, wenn man sich jetzt umschaut in der Welt, dann behält er ja auch Recht. Also wenn wir uns Länder wie Saudi-Arabien ansehen, die ja so erzkonservativ-islamisch geprägt sind, wie es nur geht, dann ist es auch da so, dass man ganz klar merkt, okay, wir wollen Geschäfte machen mit dem Westen, wir können aber nicht Geschäfte machen, wenn wir ein zu schlechtes Image im Ausland haben. Also erlauben wir jetzt zum Beispiel auch Frauen Auto zu fahren, was zuvor verboten war, damit man das Image aufpoliert und damit man dieser Sphäre des globalen Kapitalismus angehören kann. Und da würde ich sagen, kann man wunderbar sehen, dass das, was hier so drastisch beschrieben wird, doch auch sehr viel Wahrheit enthält. Vielleicht wäre es gut, Wolfgang, wenn du jetzt am Ende nochmal, nachdem wir sehr viel wohlwollend gesprochen haben über Will Beck und auch empfohlen haben, ihn zu lesen, vielleicht nochmal sagst, was denn auch als nächstes kommt, denn wir begeben uns im nächsten Literaturspezial dann in libertäre Gefilde. Ja, auch da denken wir wieder konsequent etwas zu Ende mit der Autorin Ayn Rand. Wir werden Der Ursprung lesen, The Fountainhead, und sind sehr gespannt auf die Lektüre, da das doch auch eine sehr eigenwillige, sehr solitäre Denkerin ist. Und vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere Parallele, zumindest in der Radikalität, zu Michelle Will Beck. Ja, wir sind gespannt. Es ist ein dicker Roman. Also wer sich schon vorbereiten möchte, sollte frühzeitig anfangen, aber nicht vergessen, auch Michelle Will Beck lesen. In diesem Roman sagt im Übrigen der Protagonist etwas sehr Schönes über das Lesen, Leben ohne Lesen. Das ist doch ein bisschen riskant, denn wenn man dann nichts zu lesen hat, dann kommt man plötzlich auf die Idee zu leben und das birgt immer Risiken und deswegen sucht er immer danach, irgendetwas zu lesen, damit er nichts anstellt. Also, was wir nochmal hier ganz ausdrücklich empfehlen, Michelle Will Beck lesen und dann als nächstes ein Rant. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!